Was? Halt dich für ein Gerücht, dass du mich eingeholt hättest, wenn der Blitz nicht gewesen wäre. Doch, ich hatte nämlich irgendein Dingsbums. Ich hatte irgendein, äh, ich hatte irgend so ein, ach, keine Ahnung, was hatte ich denn? Ähm, bubidi bubidi bub, babidi babidi bab. Ich hatte ein Dingsbums. Ich hatte irgendwie so, 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 so ein, ja, so ein Burning Arsch. So ein Feuerarsch, so, so ein Pilz. Dann habe ich schließlich einen verfickten 14-Fick-Blitz halt verloren. Oh, unglaublich, da kriegst du doch echt. Plankton und Algen am Hintern. So, jetzt geht's erst mal schön. Hätt, bisschen Schnauze. Was will ich denn mit diesen Bananen? Willst du die Kleine uns damit irgendwas sagen? Ja, haha. Boah. Dieser Huang. Chang. Nein! No! Uhu! Was will ich? Warum krieg ich denn immer so Scheiße? Ja, schlucki! No, ach, just a limit. Okay. 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 Yes. Oh, mich segnet gleich die Wohlfahrt. Bombenhage. Yay! In der Face. Schlucki. Aua. Ey, da hat Justin Lümmel durch. Wie, drei Ballons. Alsjebel Abbast. Keine Ahnung, wie ich ganzheit mache. Okay. Wie, Justin ist König. Das müssen wir noch mal schnell ändern, dieser Lümmel. Oha. Oh, du Lappen. Bleib bloß mit deinem Panzer hinter dir. Dieser Alunken. Ah, wie ich vorm Andreas bin. Mh, 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 mh. Die Mundkolonie ist cool. Oh, Kampfarena. Oh, Kampfarena. Bin mal gespannt, wie es läuft. Ob es irgendwann mal noch vollkriegen. Und nicht auf dem Bildschirmlinsen. Also, die Mitspieler. Zuschauer, ja. Brom, 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 brom. Jo. Wie konnte ich mich denn... Ich hinterfrag's nicht. Oh, Andi. Undi. Was zum... Ich hinterfrag's jetzt auch nicht mehr. Ja, natürlich. Wie war die ne Bananen? Ja, okay. Perf,ертвρεil. Ja, natürlich. Die Beulein. Die 8- Bautken ist bei ihrer Baller Corona- Bis zum nächsten Mal. Gulbenkード hat alles soườn. Die erste von victory ist soared zu großartigvinz, aber wir müssen noch übern 서h가요! Boah, das war knapp. Alter, Buhu, du Lappenlurch. Alter, Andreas, du arschgeflickter Lümmel. Alter, der ist ja geknillt. Jetzt. Jawohl. Der war sogar prediktet. Yeah, Luchi. Alter, dann Mario. Du scheiß Tanuki. So, Schluki. Warum bist du jetzt extra? Mädchen. Nope, not today, motherfucker. Aua, du Ratten-Gesicht, du Geländes. Alter, welcher Arschficker war das denn jetzt? Ich glaube, du noch drei Ballons. Baby Mario. Lümmel. Oh, kriegst du ihn. Oh, kriegst du ihn. War knapp. War knapp. Tü, 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 tü. Oh, ich muss so dringend auf. Probier mal das hier. Bis dahin bin ich wieder da. Ah. Gerade besetzt. Boah, kann man mal auch in die Items zu klauen? Ich fahr lieber runter. Doch, nur noch von so einer Kack-Banane, ne? Boah. Autsch. Ja. Okay. Ähm, nicht meine beste Runde. Nein! Nein! Ah! Ich bin doch so blöd zum Kacken, ey. Oh, fickt euch doch! Woooooh! Alter Buga mühh. landesweiter knürgel ja, man, bummeran wieder, nee, ne nein nein so oh, komm schon, Andreas du Semmelbrösel oh, scheiße oh, komm schon von der Seite alter wer schießt denn hier wie ein Beklopter durch die Gegend oh, mein Gott oh, mein Gott oh, mein Gott oh, mein Gott ... ения Untertitelung des ZDF, 2020 Letzte Runde, so, so Oh Mann, oh Mann, oh Mann Was macht ihr bloß mit mir? Alter Andreas, so Möde Oh Mann Alter, ein Zuhause für dich Was? Ich will's ja nix sagen, aber warum hab ich die Krone? Ich will sie nicht Sollen doch eh wieder alle nur Yes Yes So, Baby Peach In your face Da seh ich doch schon wieder mal Habe ich dich gerade selbst erwischt? Oh, leck mich Das ist gemein Ja, ist gemein Justin Andreas Ja Ja Ich kann auch zielen Alter Baby Mario Moogh Moogh Alter, Justy, du Arschficker. Ja, natürlich. Alter. Alter, du Ruhe. Warum? Ich habe doch gar nicht so wenig erwischt. Was zum... Warum bin ich Platz 7? Mädchen, du bist scheiße. Jetzt haben wir neun Cheater hier. Ich bin jetzt Platz 1. Manche ist beinahe X besser als deiner. Oh mein Gott. Gut. Ja. Komm, schick für YouTube. Okay. Okay.